Ich style meine Haare mit dem Dyson Airwrap. Vorher habe ich mir etwas Hitzeschutz reingesprüht und mir dann erstmal mit einer Klammer die Haare abgeteilt. Und dann kam der jute Dyson auch schon zum Einsatz. Damit die Locke nachher etwas besser hält, habe ich mir dann noch so Klipse besorgt und mir dann die Haarsträhne damit festgemacht. Denn dadurch können die Haare nämlich später etwas besser auskühlen. Man bekommt dadurch auch mehr Volumen rein und die Locke hält auch besser. Nachdem ich dann die ganze Prozedur an meinem gesamten Kopf dann durchgeführt habe, kam als nächstes dann noch etwas Haarspray zum Einsatz. Danach habe ich erstmal ungefähr 10 Minuten gewartet, bis die Haare ausgekühlt sind. Ich habe danach die ganzen Klipse herausgenommen und ihr könnt jetzt schon deutlich sehen, wie lockig meine Haare danach geworden sind. Zum Schluss habe ich mir noch etwas Trockenshampoo reingesprüht und habe die Locken dann noch ausgekämmt. Und das ist das fertige Ergebnis. Also ich lieb's!